so auf geht's oh ja jetzt habe ich eine richtige sparausrüstung mit und hier gibt es gleich die wagen und höre und scheiße ach die sind hier drinnen in dem gata der erstes platt so der ist auch sagt noch einer das war's wissen das blaue ach da ist eigentlich da oder wird aber schon geballert alte aber sowas von nah so irgendwie da die richtung wird geballert glaube ich das ist schon der dicke super der hier ist der schlechter recht übel wenn die da so angelaufen komme noch mal den gleich platt oder ja auf jeden fall er hat sich auch gerade gedacht mache ich die gleich platt meist mal eine handgranate hier mhm wo war hilfe ich weiß hier draußen brennt jetzt komme hier gar nicht rein oh nein er hat mich angezündet der sack der hat hier umgezündet und wie kommt bei dir ein draußen draußen ist auch ganz viel munition jetzt muss ich hier wieder raus rein mich gerade angeburzelt hat ich muss mich auch verbinden ich nehme auch an das für diesmal oh ja ich sehe da enten hoch fliegen wir kriegen bald besucher du stehst da oben ich dachte alter ja ich gerade abdrücken und wo da sind welche wo ist der dicke da ist der dicke ich habe auch noch zwei fette dynamit stangen und sich der kommt hat mich wieder angezündet das ist ein nerviger type ich hatte auch schon eine Und wieder angezündet. Oh, ich sehe die Gegner. Ach du Scheiße. Scheiße, die sind. Ich komme aus der Richtung, da hinten. Ich hoffe, dass ich ihn gleich habe. Wo ist er denn jetzt? Der stampft hier irgendwo rum. Ich sehe den gar nicht. Ah, da. Jo, ich habe ihn. Ich muss mir immer wieder... Ich kann den nicht verbannen. Weil ich mich immer wieder anzünde. Das gibt es doch gar nicht. Die Gegner kommen. Ach du Scheiße. Okay. Ich habe ihn verbannt. Sehr gut. Sind die unten schon unterwegs, oder? Ich habe die jetzt aus den Augen verloren. Die waren hier im Maisfeld, hier vorne. Hm. Ich habe sie ein paar Mal angeschossen mit der Schalldämpfartpistole. Äh, Quatsch, äh, Gewehr, aber leider nicht erschossen. Oh, da ist auch eine Schwarmmutter umdacht, ne? Ja, die kann ich gleich wegmachen, Marc. Oh, die kommen rein. Ich habe sie jetzt gesehen. Die sind hier... Da rennen die hoch. Ah, okay. Sind sie schon da? Ne. Greifen sie dich an? Ne, bis jetzt, äh... Suchen sie mich, glaube ich, noch. Ah, sie haben mich umgelegt. Scheiße, sind oben am Dachbrunnen, ey. Sind die Leute drin? Ja, ich habe nur einen gesehen. Von links kommt einer gelaufen, ne? Oh, täuscht das. Hm, weiß ich auch nicht. Ne, dann sind die Bullen. Auf den Dachbrunnen. Scheiße, und ich habe auch nichts mehr zum Sprengen. Oh mein Gott. Oh nein, jetzt zünden sie dich an. Säcke. Na gut, dann werde ich gleich mal sterben gehen. Hm. Oh, sehr gut, den hast du schon. Ah, beide. Alter. Attila. Gut. Dann belebe ich dich mal wieder, bevor du verbrennst. Ja, auf jeden Fall. Reite mich. Kann man die noch wegplündern? Das ist gut. Oh. Ich lebe wieder. Oh, dieses Säcke. So, mal gucken. Oder plünder du die zuerst, du brauchst mehr Kohle. Oh, okay. So. Wir sind hier mitten in diesem Leichenseck. Ja, ja, das sieht echt lustig aus. So, den ersten. Eine Verbandtasche habe ich bekommen. Ach, scheiße. Na ja, besser als nix, ne? Wo ist denn der zweite? Wir sind beide liegen übereinander. Ach so, deswegen habe ich die nicht so richtig gesehen. Hier kann ich nur die Waffen einsammeln. Wo ist denn, wo kann ich denn? Ah, hier. Siehst du die zwei Köpfe? Ja, ja, ich habe jetzt. Jetzt habe ich es entdeckt. 50 Dollar. Sehr gut. Dann können wir gleich mal den da. Und dann nichts wie weg hier, weil ich höre schon wieder draußen baller. Ja. Hierom ist auch die Trophäe, ne? Ich gehe mal holen, ja. Okay, habe ich. Jetzt gucken wir mal, wo wir raus müssen. Ah, wir können hier schnell raus. Okay, wir werden mal gucken, ob da wer ist. Moni und da auch. Okay. Oh, wo geht es denn hier raus? Gut. Hier gibt es auch noch Verbrauchsgüter. Das war richtig gute Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Aber vor uns ist keiner. Alles klar. Außer wasser Teufels. Ach, du Scheiße. Die fehlen mir auch noch. Oh, der hat es mir besorgt. Aber ich bin gerade so rausgerutscht. Oh, vor uns sind Gegner. Da muss einer sein, der... Oh ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ja. Scheiße, wo ist der? Der müsste direkt bei den Wagen sein. Ich gehe mal vor. Warte. Scheiße, ich brauche auch kein volles Leben. Irgendwo da ist er. Der ist direkt beim Wagen. Also der ist direkt beim... Ich spreng den mal kurz weg. Hm. Einmal habe ich den getroffen. Ja. Das ist genau der hinter. Oh ja, das war gut. Du hast ihn gekillt, oder? Nicht, er hat auch einmal auf mich geschossen. Ah ne, da hinten läuft er. Da ist er weggelaufen. Oh, das war noch ein anderer. Oh nein, ich hänge hier im Korb fest. Scheiße. Der wollte wahrscheinlich auch gerade rausrennen, ne? Das kann schon sein. Oh. Da muss ich mich aber ducken. Zehn. Neun. Acht. Jetzt wird es spannend. Fünf. Hier. Ein feindlicher Spieler blockiert da eine Extraktion. Was? Das geht auch? Ja, ja. Steht bei mir. Oh nein, und jetzt sind wir fett im Wasser hier. Ah, scheiße. Oh. Wo ist er? Der ist hier rechts. Alter, der hat mich fast gekillt. Ja, mich eben auch. Der ist direkt links von dir. Ja. Genau, da hatte ich ihn auch markiert. Und ich habe keine Heilung. Ah, er hat mich platt gemacht mit Nahkampf. Alter, und ich habe keine Munition gehabt. Aber eigentlich, wenn er mich mit Nahkampf platt macht. Oh, war das blöd. Alter, der war ja richtig gut, ey. Oder hat auch da...